im tiny house hängen die bewerber ihren gedanken nach mike ist damit überraschend schnell fertig ihm brennt eine frage unter den nägeln hast du kinder leider nicht ich hätte gerne kinder elke zu spät kennengelernt mit 40 er so ok ja weißt du die elke hätte ich echt viel viel früher kennenlernen müssen boah das wäre so super geworden und wir wären super eltern ach gott und jetzt sind wir zu alt weiter mit 52 wir haben allerdings nie verhütet so ist es nicht also wir haben immer heidewitzka ja ja ist so wie ist ich habe auch beine hochgehalten ich habe alles mit der gemacht wir haben so viel blödsinn gemacht aber das hat einfach nicht sein sollen könntest du dir das vorstellen so einen kleinen springen knippt na klar super bei den kleinen dicken frank oder so eine kleine prinzessin herrlich herrlich kann man lange darüber sprechen aber hat einfach nicht sein sollen und da brauche ich mir jetzt keine gedanken mehr zu machen ist halt zu spät